Nein, sie hatte sich nicht beirbt. Guter Ballmer aus der Lindenstraße schlenderte über die Lange Straße. Die Schauspielerin Marie-Luise Marjan aus der bekannten deutschen Kultserie machte auf dem Landmarkt Werbung für ihre Lesung in Usla. Ihr Begleiter, Justus Palo vom Literatur- und Kunstkreis, kümmerte sich bei leichtem Sommerregen mit einem großen Regenschirm um die prominente Besucherin. Sie gönnte sich zum Abschluss eine der beliebten Suppen, die auf dem Landmarkt zugunsten der Uslarer Tafel angeboten werden.